... ... ... ... Da ... Anton ... ... Wo ist das eigentlich schon?" Nee! Ja! Das ist eigentlich ja. Das ist jetzt der Kolk, das war aber die Orange, das ist jetzt das, was passiert, wenn die Hausspülung kommt. Die beiden wechseln sich dann an. Das ist ja der Bühnenkopf, das ist dann jetzt im Endeffekt der erste Uscherak, wenn ich manipuliere. Wir haben schlechter ins Wasser und gegrünt. Ich muss draufhören, als können die wirklich raus. Das ist ja der Bühnenkopf. Zum Schluss.